Und damit herzlich willkommen zurück bei The Long Dark Version 3.2.5. Es kam ein kleines Hotfix raus und ich werde mal, bevor ich die Gejagd-Herausforderung mache, den hoffnungslosen Rettungsversuch starten. Ich habe das Spiel monatelang nicht mehr gezockt. Außer natürlich gestern diese 20 Minuten, dieser klägliche Versuch und ich bin mit der Steuerung einfach nicht so richtig zurechtgekommen. Und ja, ach schau mal an, hier fange ich also an. Zeitüb... Ach, okay. Ich habe sogar einen gewissen Zeitdruck. Interessant. Haben wir was zu essen. Das Ding ist eh fast schlecht, das Essen war direkt. Hier ist man jetzt zumindest schon mal ausgeruht und alles. Das ist das. Hier ist das Schnellmenü. Okay. Jetzt will ich nochmal kurz gucken. So. Das ist gut. Klamotten sind nicht gut. Oh. Beile zum Zulegen. Ey, ich würde hier das Gewehr putzen. So. Das ist so nah herangesoomen. Moment mal kurz. Das hat er, glaube ich, umgestellt. Ah ja. So, das passt. Ja, schon besser. Ich spiele hier in Breitbildformat und wird das so dolle gezerrt, alles. Ja, so ist schon ordentlicher. Zedernholz. Ja, nehmen wir ruhig mal mit. Schlinge und sowas brauche ich alles gar nicht. Das ist ja quatschig. Ich bin ja quasi unterwegs. Ich denke, ich werde auch genug finden. Lupe, na gut, die wiegt nix. Nehmen wir mit. Sogar das Gewehr direkt. Das ist ja immer was. Gut, nachgeladen hat er. So. Jetzt in eine andere Richtung. Okay. Okay. Was war das? 27, glaube ich. Ach, du Schande. Damit wäre nicht gerechnet. Gut. Oh, fast zu weit. Ne, da. Ne, ne. Dat lobe ich mir doch. Dat lobe ich mir. Da war das. Zack. Was haben wir eigentlich für eine Uhrzeit? Vier Stunden Tageslicht. Kannst du erst mal wegpacken. Vier Stunden Tageslicht. Da komme ich doch noch locker bis zum Stausee oder nicht. Äh, Staudamm. Ich kann mal überlegen. Ich muss Timberwolf. Shit, habe ich gar nicht. Ich muss ja erst die Fackel über den Timberwolf mounten. Da muss ich über idyllisches Tal, ne. Oha, das ist schon eine ganz schöne Strecke. Oha. Oha. Bild ist besser. Da ist es. Genau. So. Dann mal los. Guter Dinge. Ich verlerne das ja immer gleich wieder, wenn ich eine Weile nicht zocke. Das ist ja Wahnsinn. Da weiß ich schon gar nicht mehr, wo alle Tasten waren. Ja, wir machen hier eine ganz gemütliche Wanderung. Da sehe ich gar kein Problem drin. Einfach nochmal die alte, wohlbekannte Welt hier durchlaufen. Und jetzt eigentlich auch schon einen neuen Skin gekriegt. Schön mal wieder Urlaub in The Long Dark machen. Herrlich. Ja, ein bisschen was von Sächsische Schweiz irgendwie. Oh, der ist es. Ah, das ist cool, dass man jetzt so unterwegs so gucken kann. Schön, schön. Eigentlich müsste ich die beiden Tasten mal umlegen. So, da ist die Hütte. Wir könnten aber auch eigentlich... Oder liegt was? Ich glaube, ich gehe lieber über den See. Da sind nicht so viele Wölfe, oder? Da ist aber kürzer der Weg. Habe ich eine Fackel? Ne, habe ich nicht. Könnte natürlich auch... Stimmt ja, die Fußspuren waren ja jetzt schicker. Okay, hier liegt nichts. Du kannst ruhig mal hier mit lang rennen, das ist gar nicht schlecht. Und mir die Wölfe von Leib halten. Das sollte mich anfallen. Ja, ich nehme jetzt doch den Weg hier, den direkten. Ist ja aber nicht mehr so lange hell. Ich denke, das passt schon. Achso, aber ich sollte nicht rennen. Das werde ich nämlich gleich noch brauchen. Hat er jetzt schon acht geladen? Okay, die eine hat er noch gar nicht... Hat er abgebrochen, glaube ich. Was hat das eigentlich für eine Koalition, das hier wäre? Okay. Okay. Reinigen dauert zwölf Minuten. Das ist mir jetzt zu lange hier in der Kälte. Das können wir dann mal machen, wenn wir uns ein Lager aufgeschlagen haben. Na nun. Komische Geräusche. So, wollen wir mal kurz schauen. Ach, guck dir das an. Hat das Munition? Glaub nicht. Ich nehme es trotzdem mal mit. Ich glaube, ich kann jetzt Gewehre auch entladen, oder? Ich hoffe, ich hoffe, dass er es noch nicht mehr braucht. Okay. Super. Oh. Ähm, mal kurz gucken. Aktion. Entladen. Perfekt. So. Na, wollen wir hier nämlich ablegen. Und jetzt. Wie gesagt, wir müssen hier nicht übelst die Vorräte worten. Das wäre Quatsch. Brauchen wir auch nicht. Und jetzt haben wir ja schon mal hier eine Fackel. Das ist schon mal richtig was wert. Das ist schon der erste. Was ich jetzt gerade überlege, ist, ich habe gar keinen Schwierigkeitsgrad eingestellt, oder? Ach, das sind sogar zwei. Gehen die jetzt richtig im Rudel los, ja? Da ist ein dritter. Okay. Hm. Ah, ich habe noch Zeit. Na, hört ihr auch das Klingeln? So geht es aktuell die ganze Zeit. Ja, besser so als anders. Ich riskiere es. Oh, scheiße. Oh, ja. Oh, ja. Mmh. Was ist das? Scheint mir aber ein bisschen leichter zu sein, die sind nicht ganz so aggressiv. Vielleicht haben die Herausforderungen einen festen Schwierigkeitsgrad, das könnte natürlich sein. Oh, die habe ich gar nicht gesehen. Wirft ihn gar nicht? Muss ich erstmal mal gucken, wo der überhaupt werft. Hm. Ja. 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 oh shit gut glücke habt fucker hält schon da so fluffy wo ist der arsch ich hoffe die geht jetzt nicht aus mhm oh steuerung gut so es sollte ja der einzige sein ne dann machen wir das nämlich mal direkt boah das ist ja so was von dunkel ähm kann ich nicht das aktuelle nehmen so 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 schimmlige 8 du scheiße so 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 kann man ja erstmal mitnehmen so 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 wir brauchen wir brauchen dringend Flüssigkeit ist die Überlegung ob ich nochmal kurz zurückflitze ich glaube das mache ich auch wo man sieht nichts mehr heftig warte mal kann ich hier nicht mal tagebuch konnte man jetzt auch was machen ok latizen so so lichtquellen herstellen fackel zurück rennen ist natürlich jetzt scheiße die einzige fackel nehmen ist auch scheiße so 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 einerseits sehr cool dass der so wenig sieht nur noch ja ich werde jetzt doch nochmal zurück rennen vielleicht finde ich da ja noch petroleum kann mir dann eine fackel bauen alt holz finde ich ja hier auch auf jeden fall ja metallschot komm was willst du damit war ja nicht noch einer da ja metalltisch das buch nehmen wir mit ich kann nicht gut feuer machen aktuell das ist so nix das ist das ist das das ist das ist das eine stunde ist natürlich ganz schön groß das scheiß ding so viel will ich gar nicht eine stunde finde ich fast ein bisschen heftig 1 opfern wir jetzt noch hier sind noch mal so eine riesen kisten hier ist eine kleine eine stunde notfalls nämlich die nach was sei der geiz so also rafting jetzt hat er natürlich schon flüssigkeitsmangel der ist verschlossen schöne wollen mütze ja ja noch nicht so schön hey 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 da habe ich ach boi nix alles gut wasser wohl bekommst ja gut ja gut so ich beende mal die aufnahme und wir sehen uns gleich in der nächsten folge wieder bis dann ciao ja 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 Vielen Dank.